Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute geht es um das Thema Aptos, Impft, Gala, Quant, Bitcoin und Ethereum haben wir mitgebracht. Ebenso zeigen wir Ihnen noch, was wir hier entsprechend in der Trading-Crypto-Gruppe gemeinsam erarbeitet haben. Alles direkt nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute geht es, wie schon im Intro angekündigt, um interessante Themen. Wir haben sehr viel für Sie heute mitgebracht und wir starten direkt mal mit unserem Trading-Kurs. Für alle, die es noch interessiert, bis zum Monatsende gilt diese Aktion. Danach wird es diese erstmal nicht geben und Sie können sich sehr gerne bei uns auf dem Profil, wir haben auch ein Video informieren, was wir alles hier an Inhalte haben. Und dann möchten wir sehr gerne mit Ihnen noch ein paar Gewinne aus der Trading-Crypto-Gruppe mitteilen. Wir haben natürlich mit allen Teilnehmern gesprochen, ob das auch in Ordnung ist, dass wir hier diese Ergebnisse mit euch allen teilen. Hier haben Sie nun alle Ergebnisse bzw. einige Ergebnisse. Wir sagen Gratulation, herzlichen Glückwunsch, tolles miteinander. Und ja, wenn Sie Interesse haben, unterhalb der Videobeschreibung finden Sie sowohl den BitGat-Link wie auch unsere Telegram-Trading-Gruppe. Sind Sie sehr gerne herzlich willkommen, können wir sehr gerne gemeinsam miteinander arbeiten. Dann gehen wir direkt weiter zu Aptos. Hier möchten wir nochmal was sagen. Wir haben in unserem Crypto-Trading-Kurs etwas versteckt. Es war ein versteckter Trade. Das heißt, wir haben diesen Kurs aufgebaut und haben gesagt, für jeden, der diesen Kurs kauft und dieses Vertrauen in uns schenkt, dem geben wir etwas zurück. Und wir haben Aptos zurückgegeben als versteckten Trade. Und möchten Ihnen das kurz zeigen, wie haben wir das denn gemacht. Und zwar hatten wir hier, jeder, der den Kurs nachträglich erwirbt, wird es natürlich jetzt auch sehen. Wir haben hier in diesem Trade gesagt, wir standen circa hier. Der Trade wird etwas tiefer kommen als dieses Low, circa in diesem Bereich. Und dort werden wir dann entsprechend hier bereits ein Petter formen. Das wird sich nun genauso ausspielen. Wir haben das so mitgeteilt in unserem Kurs. Und das Schöne war, und jetzt kommt das wirklich Schöne. Es gab heute einen Teilnehmer, der hat einen X5-Hebel in der Trading-Gruppe gepostet. Die ganze Reise von hier unten bis nach oben mitgenommen und hat 161% mit dem X5 gemacht, weil er diesen Wink mit dem Zaunpfahl quasi verstanden hat. Und ja, hat somit quasi seinen Trading-Kurs for free zurückbekommen. Unfassbar, genial. Wir sind super happy, sowas zu sehen und haben natürlich auch dem Teilnehmer direkt per Telegram gratuliert. Wir sagen viel, viel Spaß damit. Super erkannt und herzlichen Dank auch für das Feedback zurück. Das freut uns sehr. Und ja, das war der versteckte Trade in unserer Gruppe, in unserem Telegram-Kurs, verzeihen Sie. Und deswegen an dieser Stelle hat er quasi for free den Kurs gekauft. Kann man so dann am Ende des Tages sehen. Wir starten durch. Was ist los? Wie sieht es aus? Komplettes Pumping. Wir gehen direkt rein. Hier ein Pumping gehabt in der Spitze von 68, 67%. Und dieses Pumping hat nun dazu geführt, muss man auch ganz klar sagen, dass wir hier an der Oberseite bei Aptos angekommen sind. Auch hier gab es Trades, Einstiege, Ausstiege bereits. Und nun erwarten wir hier bei Aptos dieses Szenario. Und ja, bald werden News folgen. Denn Aptos wird dann am Ende dieser Reise komplett explodieren. Dann schauen wir uns den Imped-Coin an. War ja sehr gehypt das Ganze. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie sich das Ganze vermutlich ausspielen wird. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und ja, dann zeigen wir Ihnen mal kurz nach diesem Szenario. Das Ganze hat sich nun hier so entwickelt, dass wir neu quasi mit dem Kurs in den Markt gekommen sind. Ja, und Sie sehen hier, dass wir hier bereits einen Ausbruch hatten. Den haben wir nahezu perfekt abgearbeitet. Etwas Luft haben wir noch. Ja, und wie geht es nun weiter? Es gibt nun zwei Szenarien. Das Szenario 1 ist ganz einfach. Wir werden hier das Ganze so formen und dann durchstarten. Das Szenario 2 ist, wir gehen hier direkt nach oben. Die zwei Szenarien gibt es. Auf beide gilt es zu achten. Gehen wir hier direkt nach oben oder nicht. Und kommen wir hier nochmal runter. Und für jeden, der das auch traden möchte, wir können Ihnen nur das Ganze natürlich sehr, sehr gerne ans Herz legen. Das sind die Szenarien, wo man auch achten muss. Und auch das Ganze erklären wir natürlich in unserem Crypto-Trading-Kurs. Imped-Coin wird ausrasten. News werden dazu folgen. Und Sie werden es entsprechend selbst dann mitbekommen. Dann schauen wir uns hier in Gala an, was ist hier passiert. Wir hatten einen sehr langen Down-Kanal. Sind nun ausgebrochen. Sehr, sehr schöner Ausbruch. Hatten hier vom Boden bis nach oben knappe 226%. 300% haben wir die letzten Tage in unseren Videos angesagt. Und ja, wir sind auch noch nicht fertig. Das heißt, wir schauen uns das ganze Szenario an. Aktuell sieht es so aus, dass wir so etwas hier machen. Dann warten wir das Ganze noch ab. Rücklauf auf die 4 Cent circa erwarten wir. Ja, und wenn wir uns das Ganze dann nochmal final anschauen, bis zum Mindest in 70, dann sind wir ja schon bei 336. Und somit kommen wir dann auch über 300% bei Gala. Auch hier Gratulation an alle, die Gala getradet haben. Unfassbar, was hier abging. Und ja, Wahnsinn. Dann unfassbare News noch dazu. Also das ganze Szenario. Daumen hoch. Dann schauen wir uns Quant an. Quantausbruch in Richtung zu 300. Fragezeiten, Ausrufezeiten. Wir zeigen es Ihnen. Denn sollte Bitcoin wirklich weitermarschieren, auch das werden wir uns gleich gemeinsam anschauen. Dann sagen wir Ihnen ganz ehrlich, hat Quant hier sehr, sehr großes Potenzial, auch mal wieder eine schöne Reise hinzulegen. Und ja, unserer persönlichen Meinung nach sind wir hier ausgebrochen. Haben jetzt erstmal ein Mindestziel von 149, 150. Sollten wir das erreichen, möchten wir ganz klar sagen, geht die Reise nämlich weiter. Das heißt, einmal hier geht die Reise weiter, Ausbruch. Und dann geht unserer Meinung nach die Reise sogar noch weiter auf 167, 170. Und dann wird es schon knapp, dass wir hier an dieser Stelle noch irgendwie krass korrigieren, unserer Meinung nach. Deswegen, das ist unsere persönliche Meinung. Sie wissen, es ist keine Anlageberatung. Und bitte auch nicht in FOMO verfallen, denn nachher gehen wir auf 80. Dann heißt es RSFM, Sie haben gesagt, 170. Es gibt keine Garantie am Kryptomarkt. Und deswegen, bitte handelt Sie auch so entsprechend. Ja, so sieht es aktuell für uns aus. Szenario X ist quasi eingetroffen. Ausbruch nach oben, unserer Meinung nach. Jetzt muss sich das Ganze noch bestätigen. Und diese Woche mit den Inflationszahlen gehen wir davon aus, dass wir eine klare Richtungsentscheidung bei Quant bekommen. Denn seit dem 9. November haben wir nichts mehr von Quant gesehen. Und jetzt wird es dann langsam mal Zeit, dass er sich mal wieder in eine Richtung bewegt. Dass zumindest das Ganze hier mal klarer wird. Wir schauen uns hier nochmal bei Quant an. Hier unsere Zielbox hier oben. Wie können wir nun hier nach oben kommen? Hier W-Pattern. Wir haben es Ihnen in einem anderen Chart gezeigt. Brechen hier entsprechend aus. Und ja, wie gesagt, das ist unsere Primärerwartung, dass wir das Ganze schaffen. Verhältnis 52, 48. Es bleibt eine knappe Geschichte. Denn wie gesagt, wir befinden uns in aktuellem Bernd-Szenario, Bernd-Territorium. Und haben das ganze Bullische noch nicht komplett abgeschlossen. Dass wir sagen können, wir sind übergeordnet und komplett Bullisch. Deswegen schauen wir es uns jetzt gemeinsam nochmal bei Bitcoin an. Wo stehen wir hier? Wie sieht es hier aktuell aus? Ja, Bitcoin haben wir hier. Schönen Ausbruch gesehen. Wir erwarten bei Bitcoin jetzt Mindestziel die 17.540. Das heißt, auch hier sind wir noch nicht fertig. Hier gibt es noch eine überschießende Kerze. Wir schauen es auch gleich bei Ethereum an. Hier wird das Ganze gleich nochmal etwas klarer. Ja, und wenn wir uns das Ganze nun anschauen, haben wir vermutlich heute Nacht bis morgen eine weitere Upside, die wir reinkriegen werden. Und dann sollten wir unserer Meinung nach das ganze Szenario so ausgespielt haben, dass wir sagen können, Bitcoin könnte sogar noch weiter marschieren. Das heißt, wir haben aktuell mehrere Szenarien, natürlich das Abverkaufsszenario und parallel noch das 18.500 Level, 18.700 Level und dann gibt es noch das 19.800 bis 20.100 Level. Das haben wir Ihnen vor ein paar Wochen schon mal mitgeteilt. Alles, alles, immer noch alles komplett aktiv. Nichtsdestotrotz, wir bleiben bei unserem Szenario. Es geht weiter hier und Bitcoin wird die Tage. Wir gehen davon aus, dass es sehr schöne Schläge nach oben tun wird und es einen harten Short-Squiz geben wird. Alle erwarten bei 17.5 jetzt nun den Abverkauf. Wir gehen davon aus, dass richtig hart geshortet wird und ja, die Bären mal durch den Markt gespürt werden. Dann passen Sie auf, wenn Sie shorten, wenn Sie überzeugt sind zu shorten, können Sie es dennoch tun. Sie können tun, was Sie wollen. Keine Anlageberatung, dennoch wichtig. Die Info ist nun raus. Dann geht es hier weiter. Auch hier sollte man eigentlich erwarten in diesem Rising Wedge. Muss man ganz klar sagen, ist es so, dass wir hier normalerweise nach unten ausbrechen werden. Aber, jetzt kommt das Aber, wir haben hier auch das Pattern und wir haben bereits gesehen, dass wir hier dann Short-Squizzen werden beziehungsweise können. Das ist sehr, sehr schön und hat ziemlich, ziemlich viel Potenzial aktuell ausgespielt zu werden, dass wir hier einen Squeeze reingehen. Deswegen, wie gesagt, passen Sie hier an dieser Stelle auf. Schauen wir uns Ethereum noch an. Bei Ethereum müssen wir ganz klar sagen, Zielbox abgeschlossen. Hier erwarten wir nun eine Trennwende. Aber, bevor wir die Trennwende erwarten, kann es auch hier nochmal so einen Spike geben. So einen Spike, so einen Spike. Das haben wir immer wieder bei Ethereum gesehen. Und das ist kein starker Abverkauf. Somit gehen wir auch primär davon aus, dass das ganze Szenario sich ausspielt und wir vermutlich hier noch etwas tiefer und dann hier einmal nochmal hochspiken. Aber, wie gesagt, demnächst werden wir hier korrigieren. Ja, wir sagen danke, wer sich für die Trading-Gruppe, Telegram-Gruppe interessiert. Kommen Sie sehr gerne dazu. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und heute etwas später. Verzeihen Sie bitte, wir haben sehr viel Arbeit aktuell. Deswegen kam es dann heute etwas später zu. Schönen Abend. Bis morgen. Ciao, danke.